Sensation! Bundestag hat den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten beschlossen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ganz großes Aufatmen für Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihre Rente planen wollen für vorgezogene Altersrentner, die jetzt endlich wissen wollten, was ist denn nun mit der Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten? Wird sie wieder auf 6.300 Euro zurückgehen wie vor der Pandemie oder aber bleiben die Regelungen bestehen, pandemiebedingten Regelungen mit 46.060 Euro anrechnungsfreien Hinzuverdienst oder fallen die Hinzuverdienstgrenzen nunmehr endlich weg? Und letzteres ist eingetreten, der Bundestag hat am 1.12.2022 entschieden, Die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten fallen ab dem 1. Januar 2023 definitiv ersatzlos weg. Wer also ab dem 1. Januar 2023 eine vorgezogene Altersrente, das ist also eine Altersrente vor dem Beginn der Regelaltersgrenze bezieht, kann auf diese Rente anrechnungsfrei so viel dazu verdienen, wie viel er möchte. Das ist für uns als Rentenberater, für Sie als Rentnerinnen und Rentner und kommende Rentner, die ihre Rente planen wollen, eine sehr wichtige Entscheidung, aber auch für die Deutschen, aber auch für die gesetzliche Rentenversicherung und deren Versicherungsträger eine wichtige Entscheidung, denn das wird dort auch die Arbeit in vielen Fällen deutlich erleichtern. Endlich ist es soweit, das 8. SGB IV Änderungsgesetz hat diese entsprechenden Entscheidungen herbeigeführt und die Mehrheit im Bundestag hat entschieden. Weiterhin ganz wichtige Nachricht, die Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung ändern sich auch zum 1. Januar 2023, aber hierzu werde ich nochmal in einem gesonderten Video etwas mitteilen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und ich wünsche Ihnen eine gute Idee, die Hinzuverdienstgrenzen bei Rentenberater Peter Knöppel